Jetzt ist er wieder an, wenn man da so gegengelernt ist, ist gleich wieder rausgegangen. Aber ich glaube, es sind noch genug Prozent in meinem Computer-Systeme. Inchen, warum? Ja, also das nächste Stück ist wieder von Jan und es ist nach einer kleinen Insel im Wannsee genannt und diese Insel heißt Inchen. Insel im Wannsee 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 Insel Insel im Wannsee 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 Insel 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 Wenn man ehrlich ist, ihr könnt auch nicht mehr. Aber es gibt noch so ein ganz kurzes Schmankau, weil das hat sich jetzt gerade so ergeben.